Man merkt, dass sich hier etwas entwickelt, dass sie eine Mannschaft ist, die will, die gut zusammenarbeitet. Und das merkt man halt dann auf dem Platz, die defensiv wie offensiv sehr, sehr gut agiert. Heute entscheidend, sehr effektiv und gut gelaunt, der FC Müller-Gommes. Zu Tag über ist es so viel, was der Müller eigentlich so oft ist, da weiß man am Ende nicht mehr wann was gesagt. Nee, ich habe mich beklagt, dass er mir meinen Assist geklaut hat, weil er den Elfmeter verschossen hat und dann selbst reingemacht. Also er kriegt da wahrscheinlich für ein Tor zwei Scorderpunkte. Und dann war da ja noch der kleine, feine Unterschied. Ich hätte viele Wörter, die andere mir gegenüber gesagt haben in den Medien, hätte ich sicher so nicht gewählt. Aber wer mein Buch liest über die 270 Seiten, ist es eine Erzählung, das ist eine sachliche Kritik auch phasenweise. Ich entschuldige mich für die Darstellung, weil ich so Rudi Völler sicher nicht darstellen wollte, so wie es jetzt in dieser Woche öffentlich geworden ist. So wollte ich ihn nicht darstellen, dafür entschuldige ich mich. Aber für den Inhalt brauche ich mich nicht zu entschuldigen. Bayern heute ganz stark. Es sieht so aus.